Wusstest du, dass der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 bei 2 Tonnen pro Jahr liegt? Nur für unsere Ernährung. Dabei kannst du bereits mit deinem Einkauf das Klima schützen. Probiere doch mal, weniger tierische Produkte zu essen. Denn in der Tierproduktion ist der CO2-Ausstoß besonders hoch. Aber auch Flugware und Obst und Gemüse aus dem Gewächshaus haben es in sich. Greif daher lieber zu Produkten der Saison. So hilfst du, viele schmutzige Produktionsschritte abzuschaffen. Unterstützt die regionalen Landwirte. Und wenn du kurze Wege mit dem Fahrrad zurücklegst, bist du schneller am Ziel und hältst dich gleichzeitig fit. Mit einem Einkaufszettel machst du dir deinen Einkauf bewusst. Er geht schneller und du kaufst wirklich nur das, was du brauchst. Sollte dann doch mal etwas übrig sein, wirf es bitte nicht weg, sondern teile es mit anderen. Food-Sharing-Ebenen. Hilf mit. Für eine klimafreundliche Landwirtschaft.